Hi Alex von TechSum hier. Das Realme 8 war ein Kassenschlager für Realme, da es bis heute eins der besten Handys im 200 Euro Preisbereich ist. Nun kommt das Realme 9 und will mit einer 108 Megapixel Kamera sowie einem 90 Hertz AMOLED Display überzeugen. Allerdings zu einem Preis von 279 Euro. Ob der hohe Preis gerechtfertigt ist und das Handy seinen Preis wert ist, erfährst du in diesem Video. Let's go! Wenn du Strohsterne-Bastler keine Smartphone-Tests in Zukunft verpassen willst, dann abonniere jetzt schleunigst diesen unfassbar tollen Kanal und aktiviere die Glocke, aber dali dali. Starten wir mit den positiven Dingen. Nimmt man das Realme 9 in die Hand, fällt einem die gute Verarbeitung und das leichte Gewicht von 178 Gramm auf. Der Rahmen und die Rückseite sind zwar aus Plastik, aber fühlen sich gut verarbeitet an. Mit einem bunten Design sorgt das Smartphone für aufsehen. Schwarz, Weiß und Spongebob-Gelb, wie ich es nenne, gibt es zur Auswahl. Ich finde es gut, dass Realme sich was traut. Standardmäßig kommen 128 GB Speicher zum Einsatz, dieser kann sogar erweitert werden. Top! Links oben ist eine Triple-Kamera angeordnet, auf die ich gleich zu sprechen komme. An der Unterseite gibt es auch noch einen Kopfhörereingang. Klasse! Nicht nur die Rückseite ist schick, sondern auch die Vorderseite. Dort ist ein 6,4 Zoll 90 Hertz AMOLED Display verbaut. Die dünnen Ränder und der In-Display-Fingerscanner sind hier hervorzuheben. Letzterer entsperrt das Handy schnell und zuverlässig. Das Display ist AMOLED, bietet satte Farben und eine durchschnittliche Helligkeit. Durch die 90 Hertz sind Bewegungen viel flüssiger wahrzunehmen. Nur das Kinn an der Unterseite hätte meiner Meinung nach etwas kleiner ausfallen sollen. So wirkt es etwas unharmonisch und trübt den guten Gesamteindruck. Als Software kommt Realme UI 3 zum Einsatz. Es basiert auf Android 12. Im Kern ist Realme UI aber eigentlich zu 95% ColorOS 12 von Oppo. Das ist in meinen Augen etwas Gutes, denn ColorOS gefällt mir sehr gut. Das ganze System lässt sich tiefgreifend personalisieren und es gibt viele nützliche Gesten, die einem die Bedienung erleichtern. Ein echtes Always-On-Display gibt es sogar auch. Jibbi! Kommen wir jetzt endlich zur Kamera. Das Realme 9 hat eine 108 Megapixel Hauptkamera, dazu gesellt sich eine läppische 8 Megapixel Ultraweitwinkellinse. Der dritte Sensor ist unnütz. Die schlechte Nachricht zuerst, von Megapixel allein darf man sich nicht täuschen lassen. Nur weil das Realme 9 eine 108 Megapixel Kamera hat, heißt das nicht, dass die Aufnahmen wie mit der 108 Megapixel Kamera des 1200 Euro teuren Galaxy S22 Ultra werden. Das werden sie natürlich nicht. Aber die gute Nachricht, das Realme bietet tatsächlich eine gute Kameraqualität. Bei Tag bieten Fotos viele Details, natürliche Farben und eine gute dynamische Reichweite. Was mir vor allem gefallen hat, war die gute Farbabstimmung der beiden Linsen aufeinander. Hier gibt es praktisch keine Unterschiede. Damit haben viele andere Hersteller sonst Probleme. Enttäuscht hat mich auch nicht der Akku. Mit 5000 Zellen ist der riesig groß und liefert Laufzeiten von zwei Tagen. Wenig Nutzer kommen vielleicht sogar auch auf drei Tage. Ein Spitzenwert. Genauso gefallen hat mir das 33 Watt Netzteil, welches den Akku in 75 Minuten voll auflädt. Zur Freude des Käufers befindet sich auch ein durchsichtiges TPU-Case mit im Lieferumfang. Jetzt geben wir kurz ab in die Werbung. Mein RTL. Willst du auch die Kunst des Videoschneidens erlernen und mit Final Cut Pro 10 durchstarten? Weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Dann habe ich die Lösung für dich. In meinem neuen Videokurs zeige ich dir in über zwei Stunden, wie man von Anfang bis Ende Final Cut meistert, damit du auch bald dein erstes YouTube- oder Urlaub-Video schneiden kannst. Spare dir die Zeit und klicke dich nicht durch verschiedene Online-Tutorials, sondern nehme die Abkürzung und lasse dir von A bis Z in über 40 Videos von mir alles Wichtige beibringen. Fange heute noch an mit deiner ersten Session. Den Link zum Kurs findest du in der Beschreibung. Mein RTL. Klappe ja! Kommen wir nun zu den neutralen Dingen. Leistungsmäßig ist das Redmi 9 mit dem Snappy 680 nur mittelmäßig aufgestellt. Apps starten und wechseln geht noch gut vonstatten. Der Prozessor wurde schön an das System optimiert. Für Spiele zocken ist das Redmi 9 dagegen nicht die erste Wahl. Die gängigen Spiele laufen zwar auf mittleren Grafikeinstellungen flüssig, sobald es aber anspruchsvoller wird, kommt der Snappy-Prozessor an seine Grenzen. Die Konkurrenz bietet hier schon den Snappy 778, welcher deutlich mehr Power hat. Das ist sehr schade. Die Kamera hat mich im Dunkeln etwas enttäuscht. Man bietet zwar einen 108 Megapixel Sensor, aber er verliert mir zu sehr an Schärfe und Details bei Nacht. Die Aufnahmen sind aber trotzdem noch zu gebrauchen und kein Totalausfall. Auch Videoaufnahmen sind nur mittelmäßig. Zwar sind die Farben natürlich und die Dynamik stimmt, jedoch gibt es kein 4K und in 1080p keine Stabilisierung. Das geht eigentlich gar nicht. Weil die Aufnahmen aber sonst ganz gut aussehen, verbuche ich den Punkt noch unterneutral. Kommen wir jetzt zu den negativen Dingen. Verbaut ist nur ein Mono-Speaker. Dieser klingt zwar gut, aber Stereo ist im Jahr 2022 absolute Pflicht. Dafür gibt es ein dickes Minus. Auch der Vibrationsmotor ist extrem billig, er schüttelt das ganze Handy durch. Ich empfehle ihn am besten gleich zu deaktivieren. Dass die Kamera kein 4K aufnehmen kann, ist ein großer Witz. Für den Preis muss ein Handy 4K filmen können. Allgemein ist der Preis von 279 Euro für die gebotene Ausstattung dann deutlich zu hoch. Ich hatte eigentlich mit 199 Euro gerechnet, so wie beim Vorgänger. Nun hat man aber den Preis deutlich angezogen, bietet aber nicht entsprechend bessere Hardware. Das verrückte Realme selbst liefert Konkurrenz aus den eigenen Reihen, die dem Realme 9 keine Chance lassen. Zum Beispiel das Realme GT Master Edition, welches ein 120Hz AMOLED Display, ein Snappy 778 und ein 65W Netzteil bietet. Das alles bekommt man schon zu einem Preis von 250 Euro. Damit ist klar, dass das Realme 9 völlig überteuert ist. Schade, das Realme 9 hätte der neue Preiskracher im 200 Euro Preisbereich werden können. Die Ausstattung hat mich das auf jeden Fall vermuten lassen. Ein gutes 90Hz AMOLED Display, eine tolle Verarbeitung und eine brauchbare 108 Megapixel Kamera sprechen eindeutig für das Realme 9. Doch Realme hat den Preis ordentlich angezogen und verlangt nur 279 Euro für ein meiner Meinung nach 200 Euro ausgestattetes Smartphones. Der Preis ist für die gebotene Leistung leider viel zu hoch. Die Konkurrenz von Xiaomi und Realme selbst bieten zu dem Preis deutlich bessere Smartphones. Somit kann ich das Handy nur empfehlen, wenn es für 200 Euro zu haben sein wird. Bis dahin sollte man zum Realme GT Master Edition oder Xiaomi 11 Lite NE greifen. Aber wie ist deine Meinung zum Realme 9? Wirst du es dir holen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like, um meine Arbeit zu unterstützen. Um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen, abonniere jetzt meinen Kanal, aber dali dali. Wenn du nicht genug von mir bekommst, stalk mich gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Videobeschreibung. Wenn du jetzt noch einen guten und günstigen Handyvertrag zum Handy suchst, dann schau doch mal hier links in meinem Handyvertragsvideo oder klicke hier rechts für meinen Top Smartphones bis 300 Euro. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.